Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dieses Verständnis, denn die CSU gilt ja nun nach wie vor als zumindest, ich sage es mal vorsichtig, Europa kritisch oder den Institutionen zumindest gegenüber kritisch. Deswegen ist es ganz gut, dass Markus Ferber bei mir ist. Sie sind Vorsitzender CSU-Parlamentarier im EU-Parlament. Wie kritisch ist denn die CSU? Mal war man gegen die Hilfen für Griechenland, dann war man doch wieder dafür. Dann lädt man hier in der Kenny ein und auf der anderen Seite möchte man doch ein bisschen umbauen in den EU-Institutionen und sparen. Ich glaube, wir müssen diesen konstruktiv kritischen Kurs, den wir als CSU immer gefahren haben, auch in dieser schwierigen Zeit fortsetzen. Das heißt, wir wollen helfen, wir wollen solidarisch sein, aber wir sagen auch klar, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Also nur Hilfengarantien für einzelne Staaten, ohne dass entsprechende Gegenleistungen gemacht werden, kann es nicht geben. Und Herr Kenny hat heute ja eindrucksvoll auch dokumentieren können, dass es funktioniert, dass Irland das Paradebeispiel dafür ist, dass dieser Kurs der richtige ist und dass er auch durchführbar ist. Was die Kommission betrifft, muss ich ganz offen sagen, wir verlangen von allen Mitgliedstaaten, dass sie ihre Haushalte in den Griff bekommen, dass sie Verwaltung schlank und effizient machen. Das muss auch für die Europäische Kommission gelten. Von daher unterstützen wir als Europaabgeordnete diesen Kurs. Jetzt habe ich aber einen Verdacht. Gerda Hasselfeld hat gestern angekündigt, was man bei dem Europapapier auf jeden Fall möchte, nämlich man möchte sparen. Das wollen wir alle, ist keine Frage. Man möchte bei den Institutionen überprüfen, was brauchen wir, was brauchen wir vielleicht nicht. Vielleicht brauchen wir nicht alle Kommissare. Aber geht es da letztlich auch darum, der CSU noch mal Profil zu verleihen, um zu sagen, nicht zu viel Europa? Nein, ich glaube, das ist nicht das Thema. Wir haben einen klaren Auftrag aufgrund der Verträge, die gelten, dem Lissaboner Vertrag, was auf europäischer Ebene behandelt werden muss. Das sind ungefähr 15 Themenbereiche. Die Landesgruppe sagt 12, ich würde sagen 15 plus einen Präsidenten. Das wären maximal 16 Aufgabenbereiche, 16 Kommissare. Aber ich glaube, wir müssen auch respektieren, dass jedes Land in der Kommission an der Spitze vertreten sein sollte. Und deswegen habe ich heute Vormittag vorgeschlagen, das Modell der Bayerischen Staatsregierung zu nehmen, wo wir Staatssekretäre haben, die mit Sitz und Stimme am Kabinettstisch teilnehmen. Und das wäre auch das Modell für Europa, dass nicht jeder Kommissar ein eigenes Dossier hat, sondern mehrere Kommissare zum Beispiel sich um die Agrarpolitik kümmern, damit auch mehr präsent vor Ort sein können. Oder die Strukturpolitik, große Politikbereiche auf europäischer Ebene. Damit wäre sichergestellt, jedes Land ist vertreten. Es wäre aber auch sichergestellt, dass nicht jeder Kommissar einen eigenen Apparat braucht. Das treibt ja die Kosten in die Höhe. Herr Ferber, das hört sich ja jetzt erstmal nach Einsparung an. Das ist nachvollziehbar. Für Sie auch besonders schön, weil Sie sagen, das ist das bayerische Modell für Europa, für Brüssel. Würden Sie gerne da mitnehmen. Aber heißt es nicht auch auf der anderen Seite, die CSU ist nach wie vor kritisch, was die Kompetenzen Europas anbetrifft? Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass wir bereit sind, Aufgaben auf europäische Ebene zu übertragen, wenn es sinnvoll ist, dies auf europäische Ebene zu tun. Aber die EU muss den Nachweiser bringen, dass sie das auch wirklich sinnvoll besser machen kann. Die Währungskrise hat uns gezeigt, dass auch einige Zuständigkeiten nach Europa übertragen gehört werden. Und das haben wir auch mitgetragen. Auf der anderen Seite wollen wir keinen europäischen Superstaat, der sich in alle Lebensbereiche einmischt. Und deswegen sind wir da sehr vorsichtig. Und ich bezeichne das als einen konstruktiv, aber auch kritischen Kurs. Und damit sind wir als CSU immer gut gefahren. Und damit haben wir auch große Wahlerfolge für die CSU erzielen können. So, und jetzt gibt es noch was ganz Merkwürdiges. Herr Kenner hat nämlich durchaus Beziehungen zu dem Ort, zu Kreuth hier. Das hat er heute auch nochmal gesagt. Wie kommen diese zustande? Ja, wir sind hier in einer Gegend, die vor 600 nach Christus durch irische Mönche katholiziert wurde. Wir haben hier unweit eine Ortschaft, die heißt Irschenberg. Und das heißt eigentlich der irische Berg. Dort haben irische Mönche angesiedelt, die von hier aus den Katholizismus verbreitet haben. Er hat heute früh so spaßig gesagt, ich bin nicht der erste Irre, der in diese Gegend kommt, sondern schon 600 nach Christus waren die ersten Irren da, die euch Kultur beigebracht haben. Okay, danke Herr Ferber, dass Sie bei uns waren. Und ich gebe mit diesem ersten Resümee zurück nach Bonn.